Hallo und herzlich willkommen auf unserem New Holland Stand hier auf der Agri-Technica 2019. Mein Name ist Dominik Hesse, ich bin Produktspezialist für die Traktoren bei der Firma New Holland für den deutschen Markt. Hinter mir seht ihr unseren brandneuen T8 380 Genesis. Und dieser T8 ist nicht nur einfach von der Form her wunderschön und neu, sondern wir haben eine kleine Spezialität, die brandneue Kabine. Beim T8, einem Traktor für den großen Betrieb, für den Lohnunternehmer, ist der Komfort in so einer Kabine sehr, sehr wichtig. Und wir haben uns hier auf die Meinungen, auf die Stimmungen dieser Profis verlassen und haben daraus ein wirklich schönes Produkt kreiert, wo sich der Fahrer einfach wohlfühlen soll. Wir haben dazu nicht nur die Kabine komplett neu designt, sondern wir haben uns auch darauf konzentriert, die Fahrerentlastung in den Fokus zu stellen. Auf der anderen Seite aber eben auch den Chef, den Betriebsleiter, die Möglichkeit zu geben, immer zu sehen, wo man sich befindet, wo die Maschine sich befindet, was sie tut. Dafür haben wir eine komplett neue Armlehne, unsere Sidewinder Ultraarmlehne und damit einhergehend unseren großen neuen IntelliView 12 Monitor. Das Besondere an diesem Traktor ist, dass die Kabine der Monitor mit der ganzen Maschine kommuniziert und diese Daten für den Lohnunternehmer, für den Chef, für den Besitzer des Traktors schön aufbereitet in sein Büro schickt, damit dieser dann per PLM Connect, wie es bei uns im Hause heißt, auswerten kann und darüber hinaus auch entscheiden kann, wie er die Maschine optimiert. Ich lade Sie ein, kommen Sie zu uns auf den Stand in Halle 3. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ja, auf jeden Fall nicht vergessen, Facebook, Instagram, die Social Media, ganz, ganz wichtig. Schauen Sie an, was wir Neues haben. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß und hier auf der Agri-Technica bis Samstag kommen Sie vorbei. Wirklich eine tolle Messe. Dankeschön. Vielen Dank.